Okay, wenn der Zusammenschnitt jetzt ein bisschen wild aussieht, das liegt daran, dass ich versuche hier so einzelne Sachen zu erzählen, die ein bisschen strukturiert sein sollen. Jetzt sind wir im Kapitel Vorbereitung. Wie habe ich mich denn vorbereitet? Vorbereitet habe ich mich durch Freunde, habe mich ein bisschen beraten bei denen, was kann man denn so machen und wie führen die zum Beispiel ab. Aber da muss man sich auch ein eigenes Bild machen. Was mir sehr geholfen hat, ist das Pflege-Wiki. Das Pflege-Wiki, das geht durch einige Methoden des Fastens drin und dann kann man gucken, welche passt denn am besten zu mir. Und die letzten Tage habe ich mich dann auch noch schön, weil wir jetzt auch mit Spargelzeit sind, mit Spargel ernährt. Das reinigt schön die Nieren und ich habe auch noch eine Riesenbüchse mit 40 bis 50 Artischocko in den letzten vier Tagen verzehrt, weil Artischocko reinigen die Leber. Und die Leber ist ja das wichtigste Organ mit meinem Fasten, weil später soll ja die Leber aus meinen ganzen Vitinen und meinen ganzen Kette, und dass mein Protein soll die Leber ja dann Kohlenhydrate basteln, dass mein Gehirn auch weiter ein bisschen mit Futter versorgt wird. Weil wir haben ja jede Menge Feiertage, Inselfahrt, Pfingsten und Acht. Mal gucken, ob ich dann immer noch faste. Ja, so zu fasten, man braucht ja nicht so viel, ist ja das Gute. Wir haben auch so ein paar Tees und am Anfang und während der Zeit auch mal irgendwas, womit man sich den Darm frei schafft. Ja, das ist ein schönes Thema. Da kann man so unter seinen Fasten-Fanien auch sehr schön philosophieren, was da die besten Ansätze sind. Also der Jürgen, der mich dazu mal inspiriert hat, vor neun Jahren, dass ich so ein Thema geschafft habe, auch mal zu fasten. Ich habe gesagt, er hat auch schon viel ausprobiert und er ist dann bei Sennigblüten-Tee auch so hängen geblieben, weil ich die ganzen Glauber-Salze habe, das hat ihm nicht gefallen. Und Sennigblüten-Tee war auch sehr angenehm, hatte sehr radnisch in der Präsenz danach. Und das hatte ich auch schon mal probiert, vor ner Darmspiegelung, oder was war das, Magenspiegelung, irgendwas. Da habe ich mir auf jeden Fall auch leer gemacht. Das hat mir aber dann nicht so gefallen, das hat auch ganz schön gerumpelt im Magen. Und die für mich beste Alternative, die ich jetzt vorgekunden habe, weil ich sie auch schon gelesen und weil die noch andere positive Einflüsse haben soll, auf meine ganze Gesundheit. Und dass man die auch mal sonst machen kann, wenn man Briebe hat und zum Beispiel da-da-da-da-da-da Da habe ich mir ein bisschen wie hiergeholt. Eine kleine Wärmeflasche mit Haken. Ich dachte dazu, wozu braucht man den Haken. Ganz genau. Da kommt dann so ein schöner langer Schlauch an. und an den Schraub kommt dann diese Kanone, da kann ich dann aufdrehen und empfohlen wird für Erwachsenen 1,7 bis 2,5 Liter Wasser per Wohleinlauf in sich rektal einzuführen. Das habe ich letztes Jahr mit Olinenöl gemacht, da hatte ich aus der Apotheke hier so einen ruflichen Lecher mit Schraub und das war ziemlich lustig, weil 2 Liter sich da einfüllen, wenn einen halben Liter Wasser so drin passt, man muss dabei auf die Temperatur achten, man sollte so, ich sag mal für mich jetzt 35 Grad rausgefunden, weil man muss ungefähr Körpertemperatur haben, was wohl so 36-37 Grad sind und wenn man ein bisschen da drunter ist, dann regt das halt die Peristaltik an und kann schön reinigen. Letztes Jahr hatte ich mir dann noch Olivenöl immer reingekippt, weil ich dachte, da stand Olivenöl macht den Stuhl schön weich und das fand ich auch alles ziemlich unbedenklich und hat auch alles super funktioniert. Ich hatte wahnsinnige Angst davor zu bewegen, wenn ich jetzt hier so lächelnd darüber spreche, dann ist es, weil ich weiß, dass das eigentlich ein ziemlich lustiger Vorgang ist. Mit diesem halben Meter Becher war ich eigentlich nicht so zufrieden, deswegen habe ich mir jetzt professionell bestellt und Fasten, also was er gerade gesehen hat, Fasten kommt halt sehr auch aus der ehemaligen Sowjetunion und deswegen habe ich jetzt hier so ein schönes Dings aus der Ukraine bekommen, kann man hier vielleicht auch hoffentlich lesen. Das ist auf jeden Fall der super Irrigator Gips im Internet, das habe ich bezahlt 10 Euro oder sowas, weil ich meiner Mutter letztes Jahr auch vielleicht nicht zum Geburtstag geschehen konnte, so quasi meine Mutter immer auch schön genau verfassen, zumindest metaphorisch gesehen. Ja, also diese 2,5 Liter führt man sich am besten in der Brünchenstellung ein und das werde ich mal machen, ohne dass hier zugeguckt wird, vielleicht mal ein bisschen mit dem Mikrofon. Das ist das schönste und dann gucken wir mal weiter. Bis später. temporär Aus睡 usted Tom Wie